Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Dann kommen wir her, lehne ich mal hier aufrecht an. Weißt du noch, wie es geht? Zeigst du mir, ob es bequem ist mit deinem Kopf? Ja. So, und die Arme. Lieber noch tiefer? Lieber, ja. Du sagst, was gut ist. Danke schön. So. Gibt es denn bei dir eine medizinische Einschränkung, auf die ich aufpassen müsste? Nein. Und du sagst schon, was unangenehm oder zu fest ist, gell? Dann einmal tief durchatmen. Okay. Und du sagst schon, was du mit deinem Kopf ist, gell? Und du sagst schon, aber ganz nah. Und du sagst schon, was du sagst, was du da bist. Und du sagst schon, wie du sagst, was du sagst, was du sagst ja? Dann geht es ja irgendwie atmet. Und du sagst schon. Und tief dich ab. Und noch ein tief. 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 Und tief dich ab. Und noch ein tief. 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 Und tief. Und tief. Und noch ein tief. Und noch ein tief. Und noch ein tief. Und noch ein tief. Und tief. Und noch ein 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 tief. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. Und tief durchatmen. 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 Tief durchatmen. Tief durchatmen. Und tief durchatmen. Und tief durchatmen. Und tief durchatmen. Und tief durchatmen.